Es ist der Durstlöscher, schlechthin Wasser. Ob direkt aus der Leitung, aus Glas oder aus PET-Flaschen. Die wurden in den letzten Jahren immer beliebter, leichter als Glasflaschen, dazu bruchsicher. Mittlerweile liegt ihr Anteil bei 60 Prozent. Forscher der Universität Frankfurt haben jetzt Wasser in unterschiedlichen Verpackungen genauer unter die Lupe genommen und dabei etwas herausgefunden, was aufhorchen lässt. In verschiedenen Wässern fanden sie hormonell wirksame Substanzen. In Plastikflaschen lag die Konzentration deutlich höher als in Glasflaschen. Was wir herausgefunden haben, ist zuallererst, dass sehr viele dieser Mineralwässer Östrogen aktiv waren. Das heißt, da waren irgendwelche Umwelthormone drin. Wir haben aber auch herausgefunden, dass Mineralwässer aus Plastikflaschen, also aus PET, doppelt so hoch Östrogen aktiv waren, wie die Mineralwässer aus den Glasflaschen. Hormone, die dem weiblichen Sexualhormon Östrogen ähneln, haben die Forscher gefunden. In einzelnen Wässern 75 Nanogramm pro Liter. Das ist mehr als zum Beispiel im Abwasser, das durch die Anti-Baby-Pille schon seit langem als belastet gilt. Wie sich dieser Hormoncocktail auf den Menschen auswirkt, muss noch erforscht werden. Natürlich ist Mineralwasser, Trinkwasser allgemein sehr sensibles Lebensmittel. Und das sind offensichtlich Substanzen, die da von unserem normalen Gefühl her gar nicht hineingehören. Und insofern gibt es schon Wohlenruhigung. Liegt es am Wasser oder liegt es an der Verpackung? Auch dieser Frage sind die Forscher nachgegangen mit tierischen Helfern, neuseeländischen Zwergdeckelschnecken. Acht Wochen lang lebten die Tiere im gleichen Wasser in unterschiedlichen Verpackungsformen. Und auch hier war das Ergebnis eindeutig. Die Schnecken, die in Plastikflaschen lebten, bildeten doppelt so viele Embryonen wie die in Glasflaschen. Die Verbraucherschutzinstitutionen werden sich des Themas annehmen. Und sicherlich muss man auch noch mehr Wissenschaft und mehr Forschung in diesem Feld dieser Umwelthormone machen, um rauszufinden, mit welchen Chemikalien kommen wir überhaupt in Kontakt und geht von denen wirklich ein Risiko aus. Interessenverbände verneinen dieses Risiko. Sie verweisen auf die gesetzlichen Grenzwerte und darauf, dass die Frankfurter Ergebnisse deutlich darunter lägen. Ich kann verstehen, dass Verbraucher sich hier haben verunsichern lassen, aber es besteht sicher kein Grund zur Beunruhigung. Wie gesagt, die nachgewiesenen Spitzenwerte liegen um eine Million niedriger als der gesetzliche Grenzwert. Ein Risiko für die Gesundheit ist da wohl auszuschließen. Grenzwerte gelten bislang immer nur für einzelne Stoffe. Die Frankfurter Forscher allerdings gingen einen anderen Weg. Sie untersuchten das Zusammenwirken dieser Einzelbestandteile, denn am Ende könnte ja auch der Mix für Menschen gefährlich sein. Es treten immer wieder neue Substanzen als mögliches Problem in derartigen Lebensmitteln auf. Unser Ansatz ist jetzt, dass wir nicht die einzelne Substanz, sondern die Effekte von gleichartig wirkenden Substanzen erfassen. Und das ist dann viel zielführender, auch einfacher seitens der Behörden zu überwachen. Die Forscher übrigens wurden auch mit Geldern des Umweltbundesamtes gefördert. Das Ergebnis der Studie will man dort nicht kommentieren, verweist auf das Bundesamt für Risikobewertung. Das allerdings will erst mal weitere Untersuchungen abwarten.